Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. In diesem Thema geht es um die Widerlegung der Scheinargumente gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bezüglich seines Charakters. Und ich möchte mich bei diesem Vortrag sehr kurz fassen, damit es auch wirklich jeder versteht. Als allererstes möchte ich betonen, diese ganzen Vorwürfe, gerade von christlichen Missionaren, gibt es schon seit Jahren. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch von einem angeblichen Absolventen der Asaha-Universität. Das wurde ins Deutsche übersetzt. Erste Auflage hier. 2004, falls ihr es sehen könnt. Mit diesen ganzen Sachen haben wir uns schon beschäftigt. Beschäftigt ihr euch mit eurer Religion und schaut uns unsere Vorträge an, die wir schon früher gemacht haben. Die Leute kommen mit nichts Neuem. Es war schon immer so, dass die Christen, beziehungsweise die christlichen Missionare, vor allen Dingen den Charakter des Propheten alaihi wa sallam attackiert haben. Und ich habe schon in meinem Vortrag gesagt, mit dem Titel Wie beantwortet man Fragen von Nicht-Muslimen? Dass man sich erst fragen muss, mit wem spreche ich? Und was möchte er mit seinem Argument sagen? Hier haben wir es mit einem Christen zu tun, der mit diesen Vorwürfen, die meisten zu 90% sind es irgendwelche Hadith, die maudua sind, die erfunden sind, die schwach sind, der aber nicht immer, der damit, oder Dinge, die aus dem Kontext gezogen werden, der damit den Propheten alaihi wa sallam angreifen will und damit sagen will, schau mal, der kann doch gar kein Prophet sein, weil der hat dieses und jenes gemacht. Wie können wir diesen Vorwurf so schnell wie möglich ad absurdum führen und ihnen eine schallende Ohrfeige geben? Indem wir sagen, laut euch Christen ist es gar keine Bedingung, dass der ein Prophet, beziehungsweise lassen Sie sich über Namen wie Propheten streiten, dass jemand, der eine göttliche Offenbarung bekommt, einen makellosen Charakter hat. Das ist notwendig laut Islam, nicht laut euch. Das heißt, wie könnt ihr sagen, der Mohammed kann ja kein Prophet gewesen sein, weil er hat ja neun Frauen gehabt. Wie könnt ihr das sagen? Laut eurem Maßstab ist das gar kein Maßstab. So, deswegen habe ich gesagt, was will er damit sagen und wer ist der, mit dem ich rede? Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel, ja, hier habe ich die Bibel und ich bringe nur ein Beispiel. Man könnte viele Beispiele bringen, ja, beziehungsweise zwei Beispiele, um genau zu sein. Es geht hier um das Verzeichnis der Bibel. Vier Bücher der Bibel, und zwar Psalme, Sprüche, Prediger, das Hohlet Salomons, sind Bücher, ihr müsst euch vorstellen, die Bibel besteht aus altem und neuem Testament und jeweils das Alt- und das Neue Testament besteht aus einer Anzahl von Büchern. Vier Bücher des Alten Testamentes bestehen, sind Bücher, die auf Salomon, beziehungsweise Suleiman im Arabischen, und Dawud, auf Deutsch David, zurückgeben. Das heißt, die haben eine Botschaft von Gott empfangen. Und wenn jemand eine Botschaft von Gott empfängt, muss man sich natürlich an diese Botschaft halten und ist diese Botschaft nützlich. Das heißt, wenn Mohammed eine Botschaft bekommen hat, woran wir fest glauben, dann muss man sich daran halten, insbesondere, weil es die Älteste ist. So, jetzt. Um das zu beweisen, haben wir hier 2. Timotheus 3, Neue Testament, Paulus, um das zu, hier, Vers 16, er redet mit Timotheus, er sagt zu Timotheus, seit Kindheit an kennst du die Heilige Schrift, also das Alte Testament. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung, Vers 16. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier hin, schauen wir uns das mal an. Dann haben wir hier 2. Samuel 11. Das ist wieder ein Buch in der Bibel. Hier ist die Geschichte von Dawud. Ich lese euch das kurz vor. Hier, das ist eine Geschichte, die geht ziemlich weit. Ihr seht, dass alles, was hier rot ist, ist die Geschichte von Dawud. Seht ihr das? Ja. So, deswegen, ich fasse das kurz zusammen. Jeder kann es nachlesen. 2. Samuel 11. Und es geschah um die Zeit des Abends, dass sich Dawud dann von seinem Bett erhob und auf dem Flachdach des Königs aus umherging und vom Flachdach aus erblickte eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr gutem Aussehen. Dann sandte Dawud hin und erkundete sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht die Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau von Urias, des Hethieters? Das heißt, Dawud kriegt raus, laut Bibel, nicht laut Islam, der hat eine schöne Frau gesehen, wurde betört, hat dann gefragt, wer ist die? Dann hat er rausbekommen, das ist die Frau von dem und dem. Was hat er dann gemacht? Dann hat er Sina mit der gemacht, laut dieser Geschichte. Er hat mit dieser Frau Sina gemacht und die ist schwanger geworden. Dann hat er dafür gesorgt, dass der Ehemann getötet wurde. Stellt euch vor, diese Geschichte gäbe es über den Propheten Mohammed. Die kritisieren Mohammed, weil er Safiya geheiratet hat, die ihn heiraten wollte, nachdem ihr Ehemann getötet wurde, der ein Käfig gewesen ist. Aber hier macht Dawud mit einer Frau Unzucht, die verheiratet ist und sorgt dann dafür, dass der Ehemann ums Leben kommt. Aber diese Bücher werden akzeptiert. Dann Salomon, eine Geschichte über Salomon. Erster Könige, Elf, ja. An diesen hing Salomon mit Liebe. Er hatte 700 fürstliche Frauen, 300 Nebenfrauen. Das heißt, Salomon hatte 1000 Frauen, der kann eine göttliche Offenbarung. Mohammed kann mit neun Frauen keine göttliche Offenbarung empfangen. Laut Bibel hatte der 1000. Okay. Sie machten sein Herz abtrünnig. Als Salomon älter wurde, verfügten ihn seine Frauen, als er älter wurde. Das heißt also, nachdem er schon eine Botschaft bekommen hat. Nachdem Salomon, als Salomon älter wurde, verfügten ihn seine Frauen zur Verehrung anderer Götter, so dass er dem Herrn, seinen Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war, wie sein Vater David. Er verehrte Astate, die Göttin der Sidonier, und Milkon, den Götzen der Ammoniter. Er tat, was dem Herrn missfiel und war ihm nicht so vollkommen ergeben, wie sein Vater David. Damals baute Salomon auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Kulthöhe für Chemusch. Da, wo Suleyman auf den drei göttliche Offenbarungen der Bibel zurückging, war laut Bibel, erster Könige 11, ein Götzendiener. Die schlimmste Sünde überhaupt. Das heißt, wie kann jemand kommen, ein christlicher Missionar, sagen, Mohammed kann kein Prophet gewesen sein, weil er angeblich, gibt es einen Gelehrten wegen den satanischen Versen, aber Salomon, wie gesagt, satanisch Versen ist nicht das Thema, aber Salomon, der laut Bibel klar und deutlich Götzen angebetet hat, ist ein Prophet. Ist jemand, der eine göttliche Offenbarung bekommen hat. Das heißt, es ist alles der pure Schwachsinn, die pure Unehrlichkeit. Und deswegen schaut euch diesen ganzen Schrott gar nicht an, beschäftigt euch mit eurer eigenen Religion und sobald einer mit irgendetwas kommt, sagst du, pass mal auf, bist du Christ? Okay. Was erzählst du mir, was der Prophet, alaihi salat, zum Angeblich gemacht hat? Vor kurzem hat mir einer eine Überlieferung geschickt, dass der Prophet angeblich bei Hassan und Hussein an den Geschlechtsteilen gespielt hat. Die Geschichte ist Mordor. Du brauchst nur nachzuforschen. Da ist irgendeine Zahl, forschst du nach, ist eine erfundene Geschichte, ist eine schwache Geschichte, die unauthentisch ist. So. Aber mit solchen Sachen kommen sie. Hier, bitteschön, bei euch in der Bibel steht es. Was erzählst du mir vom Propheten? Ihr glaubt doch, was bist du für ein Heuchler? Du glaubst doch gar nicht, dass jemand, der eine göttliche Offenbarung bekommen hat, dass er moralisch einwandfrei sein muss. Wir Muslime glauben das. Ihr nicht. Deswegen lasst euch nicht durcheinander bringen. Salam alaikum war rahmatullahi wabarakatuh.